hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen aber feinen aufnahme session heute am 28 12 ich weiß letzte tage bei der family gewesen gestern noch bei freunden unterwegs und heute habe ich wieder zeit um mal ganz kurz was aufzunehmen morgen das habe ich vergessen morgen kommt eine größere aufnahme session kaputt noch ein bisschen was vor heute erst mal nicht und zur feier des tages werde ich mir mal ein bisschen haut gönnen und ich denke mal dass er hier ein bisschen was für mich hat ein klein wenig zumindest schauen wir mal eventuell also wenn er möchte guck mich nicht so an keine munition mehr nehmen wir die andere könntest du das war ja nichts meine fresse ok dann nehmen wir uns mal ein bisschen hau ich freue mir die kann ja nicht gleich anziehen was ist jetzt er winkt noch hallo 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 ja ne schön ok ich zieh mal kurz ein bisschen haut an einfach mal um ein wenig geschützt zu sein ich habe sogar einiges alter schwede fast voll super haben wir noch was zu trinken da haben wir noch was zu trinken ich kann gar nicht so herkommen auf geht es ein bisschen ausdauer da ja wir sind hier stehen geblieben bei dem turm ne ich habe mir gedacht pass auf da das hier so nicht funktionieren kann ich müsste das eigentlich wenn ich wenn ich hier starte angenommen müsste ich eigentlich hier dann müsste ich noch einen weiter haben also einen größer haben und dann nach da zu gehen um die treppe weiter nach oben zu bauen das heißt das muss größer das muss größer und nein ja ich habe es in den kommentaren gelesen man müsste hier das auf das niveau anpassen blablabla das wäre doch alles viel zu einfach deshalb quatsch dann müsste ich hier die mauer abbauen und hier und da und das dann anpassen deshalb quatsch das würde ich gar nicht haben wir machen das so wie damals im mittelalter man hat in unterschiedlichen bau abschnitten gebaut und dann muss man einfach mit dem klarkommen was man hat ganz einfach so wo habe ich das her genommen wahrscheinlich von hier drin genau pass auf ich packe das erst mal ich packe das erst mal in die richtung wir brauchen das wieder definitiv aber wir machen erst mal einen ganz kleinen einen ganz kleinen ein ganz kleinen wie gesagt das das muss weg das muss weg das geht nicht weg natürlich nicht warum auch ist ja quatsch hier mal irgendwas funktionieren würde und dann ich lasse das mal stehen solange ich muss tatsächlich warte mal kurz ich muss wenn ich das eine abbaue möchte ich das andere aufbauen also wir müssen ja nur diese diese wand hier die müssen wir um einen verlängern dazu können wir schon mal das ist das falsche arbeitswerkzeug arbeitswerkzeug ich habe ja schon wieder worte ausgedacht so pack das mal weg wir müssen ja im endeffekt nur das wegnehmen und das heißt demzufolge müssen wir das abbaue wie habe ich das denn schon wieder gemacht ähm warte 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 mal warte mal das packen wir hier drauf die sporten wollte ja eben naja das macht auch keinen Sinn ok pass auf äh das könnte eigentlich dahin pass auf ich mach mal eben ich mach mal den hier dass wir hier hochkommen dass wir das hier draufpacken können so und da warte 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 ich nehme mal den hier raus ich packe den mal kurz hier hin dann kommen wir hier an die steine ran so ja ich weiß auch nicht ich packe die mal eben ähm ich packe die mal eben ich sehe wieder gar nichts ich wollte die einfach einfach mal hier hinpacken einfach mal so bam 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 und dann das weg das geht jetzt nicht weg warte kurz ach scheiße ich bin dumm ich hätte ganz oben anfangen müssen sag mal wie lange spiele ich dieses spiel jetzt das erste mal heute warte nee das ist nicht der den ich weg haben will der ist es nicht pack den da wieder hin warte 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 pack den da wieder hin jetzt so das sollte funktionieren äh nimm den nochmal auf ich will hier dann ganz ich will hier ich will doch das will ich machen so so das und das und das genau oh ja wunderbar pass auf so und dann das und das und das und dann haben wir es ja schon fast ähm was ich machen könnte ich kann auch hier direkt ansetzen äh da kann ich ja gleich mal gucken ob das funktioniert so wie ich mir das vorstelle na warte ja sauber so geht das dann kann man die ganzen Bums nämlich gleich wieder verwerten ne so habe ich mir das vorgestellt sehr schön ok dann das kann so bleiben das nicht das ist der hier der kommt mal ganz kurz wie habe ich das gemacht der kann der kommt erstmal hier hin so dann nehmen wir den und packen den schon mal hier hin pack ihn bitte es wäre ganz toll so äh dann brauchen wir das das und das und dann machen wir das hier hoch wubbedi wubbedi so das geht jetzt schnell das geht jetzt schnell genau so so und dann machen wir den hier hin genau das weg das weg das weg ja du mich auch äh den nehmen wir gleich den hier drauf alles wird gut alles wird gut Leute das wird gut so den 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 ah herrlich herrlich ja den und den der kommt da drauf der kommt so wunderbar ich wollte mal kurz sagen so so genau und jetzt habe ich mir gedacht wir machen das das kann da so bleiben glaube ich ähm das auch pass auf wir nehmen das das und das mal raus packen das mal hier rein so dann nehmen wir das das und das packen das hier rein das lege ich mal kurz zur seite und dann müsste der hier hin und dann kommt der nämlich hier hin und dann gehen wir hier hoch pam 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 machen den hier hin oder ne wir machen den wir machen den ich glaube nicht dass wir den dahin machen ich glaube nicht wir machen das so es ist äh okay das wird nicht funktionieren weil ich das ja damit verbunden habe das geht so nicht ja 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 pass auf dann kommt das hier rein pam 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 genau und das hier auch so schwupp 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 und das nehmen wir auch noch mit das hier damit schön aussieht das auch und dann gucke ich da wie baue ich denn das jetzt hier oben äh so rum okay ich nehme mal die beiden mit so pass auf dann packe ich den warte mal das geht ja so ich will ja so so will ich so will ich so will ich jetzt müsste ich das hier eigentlich reinlegen können ich kann ich nicht ah ja ich weiß warum es ist äh schwierig ich kriege ja kein boden rein äh ich kriege so kein boden rein logisch weil die wand damit nicht connected werden kann ne das ist ganz klar Ja, das heißt, im Umkehrschluss, da müsste ich noch einen höher gehen, aber das ist ja auch Quatsch. Anders drum bauen. Ja, das sind so wie die drei Probleme. Was ich eigentlich vorhatte, funktioniert so nicht. Geht das mit Steinen? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Geht das mit Steinen? Habe ich noch welche? Irgendwo? Kevin, 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 Kevin. Bevor du wieder irgendeinen Quatsch machst, würde ich einfach mal sagen, fülle mal den Behälter mit Steinen. Ist okay? Okay für dich? Ist okay? Ist okay? Gut, ist okay. Alles klar. Ich hole mir selber auch mal welche. Swoop, swoop. Nur mal um zu gucken, ob das geht. Weil blöd wäre jetzt, wenn ich das, äh, wie der ein oder andere schon geschrieben hat. Virginia, total lieb von dir. Leg einfach da hin. Danke. Äh, nehme ich mir später. Blöd wäre jetzt, wenn ich es tatsächlich so umbauen müsste. Ich habe ja gar keinen Bock drauf. Ich will das einfach nicht. Ich glaube, ich muss es aber machen. Oh nein. Nein. Ihr habt recht gehabt. Ihr habt recht gehabt. Nein, 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 nein. Ihr habt... Da draußen weint schon wieder einer. Ich komme hier nicht. Ich komme hier nicht. Ich... Es... Es funktioniert so... Nicht. Es funktioniert so nicht. Was ich noch versuchen könnte... Warte mal kurz. Ich könnte... Ich habe noch einen. Ich könnte noch versuchen, das hier mit Steinen hochzubauen. Genau auf die Höhe, weißt du? Mal gucken, ob das Sinn macht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wir werden das sehen. Pass auf. Äh, ist das hier wieder weg? Ne? Die packen wir hier kurz raus. Seien wir gerade nicht. Und dann machen wir das nicht damit, sondern machen das mit Steinen. Weil wir mit Steinen das... Oder... Oder... Ne, hier... Wenn ich hier hochbaue, macht auch keinen Sinn. Dann habe ich wieder diese gerade nicht, die mir fehlt. Das ist ja nicht. Ich mache das noch ein größer. Warte mal. Wir versuchen das. Kriegen wir irgendwie hin? Ähm... Excuse me. Oh, da war er aber jetzt fleißig. Alter Schwede. Das ging schnell. Hi Virgi. So. Pass auf. Wenn ich das jetzt so mache... Wir müssen ja nur... So. Guck mal. Ja, 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 ja. Das kann... Das kann funktionieren. Vielleicht. Wir testen das aus. Wie gesagt, wir wollen ja... Ich kann ja nicht hier immer alles einfach machen. Das ist doch langweilig. Das wird ja keiner sehen. Wir wollen es noch mal ein bisschen komplex haben. Ein bisschen kompliziert auch. Ein bisschen... Einfach mal ein bisschen anders. Als gedacht. Das macht natürlich keinen Sinn. Ähm... Warte. Ich könnte jetzt... Ich mache das auch mit Stein. Wer heudelt hier denn rum? Uh. Er ist es nicht. Warte mal. Bist du jetzt fertig mit rumweinen? Virginia hilft dir gleich. Virgi? Erlöse es. Ja, ganz ehrlich. Da habe ich kein Verstandnis für. Da habe ich auch kein Mitleid. Da habe ich kein Mitleid. Das ist ja Quatsch. Virginia kümmert sich schon. Virginia ist doch hilfsbereit. So. Kann ich das jetzt auch nach unten bauen? Nee, kann ich nicht. Aha. Ich hatte gedacht, dass ich hier jetzt so dran bauen könnte. Theoretisch. Aber ich glaube... Nee. Nee, 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 nee. Das geht nicht. Ich komme hier nicht runter. Muss ich vielleicht doch einen Baumstamm nehmen? Wir testen das. Wir testen das aus. Guck mal. Guck mal. Dann. Ja, 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 ja. Dann das hier. Ne? Und jetzt kommt gleich die Probe aufs Exempel. Geht so. Ah, und hier kann ich wieder keine... Ah. Weil hier die Connection da drüben, die fehlt einfach. Okay, das geht wieder nicht. Da habe ich nämlich dasselbe wieder unten auch, ne? Ich habe dasselbe wieder unten auch. Ich verstehe das Problem. Ich verstehe das Problem natürlich durchaus, dass ich hier den Boden nicht reinbekomme. Das ist mir klar. Das habe ich vorher auch schon gewusst. Weil ich will ja das Spiel auch manchmal so ein bisschen versuchen auszutricksen. Ne? Geht es mit Steinen? Das ist die Frage. Die stellen wir uns alle. Und wir werden es rausfinden. Das geht nicht. Was ist das? Hä? Wo ist denn der jetzt dran? Da. Das macht ja gar keinen Sinn. Okay. Das heißt... In der Richtung funktioniert es nicht, ohne die Wand zurückzubauen. So. Das ist das, was wir jetzt wissen. Wie hoch muss das hier sein? Zwei. Ja, das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Okay. Das hilft mir nicht. Aber wenn ich hier jetzt... Wenn ich hier auf das Niveau komme, auf das hier, das würde ja ausreichen. Ne? Also da. Der Stein. Und dann mit dem Baumstamm nach unten. Aber dann komme ich da wieder wahrscheinlich nicht zurecht, ne? Weißt du was? Ausprobieren. Einfach. Einfach ausprobieren. Einfach mal machen. Ja, das ist jetzt mal eine Auf- und Rückbauschlacht. Ist mir aber egal. Ich will das einfach auch... Ich will das mal machen, ohne... Dass ich die Mauer zurückbauen muss. So, das ist der Plan. Ich will das hinbekommen. Ich will das einfach hinbekommen. Ähm... Scheiße. Warte. Warte, warte, warte. Hier ist noch einer. Ne, der nicht. Hau den da wieder dran. Mach den da wieder... Mach den Stein da jetzt hin. Danke. Der ist es. Pass auf. Ich muss... Ich bin gefangen. Äh... Aber das Spiel macht mich manchmal... Irgendwas wurde geändert, dass der immer den Stein wegpackt. Weißt du? So, da komme ich immer noch nicht rüber. Jetzt aber vielleicht. Pass auf. So. Möglicherweise. Ich habe dasselbe Problem hier, ne? Ich habe dasselbe Problem. Ich bin zwar jetzt hier von der Mauer auf einer Höhe. Aber hier nicht. Das ist dasselbe Problem, was ich jetzt habe, wie mit dem Baum stemmen. Naja, klar. Natürlich. Macht ja auch Sinn. Macht ja Sinn, dass das Quatsch ist. Ne? Und hier bekomme ich jetzt trotzdem nicht... Weil ich müsste den hier machen, um auf die Höhe zu kommen. Erändert sich etwas, wenn ich das noch größer mache? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich das hier nicht verändere, dann verändert sich das doch auch nicht. Hm. Obwohl... Hier kriege ich ja dann logischerweise auch keinen Stein dran. Ne, klar. Natürlich, natürlich, natürlich. Pass auf, pass auf. Wir kriegen das. Kriegen wir hin. Angenommen. Pack den wieder weg. Nehmen wir eben hier hin. Und dann den auch. Kann ich auch hier hin? So. Und dann fange ich hier an. Mach mal, mach mal, mach mal. Ich will das nicht. Ich möchte das. So. So, 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 so. So. Wahrscheinlich würde das Rückbauen der, äh... Äh, der Wand hier oder der Wand, das Anpassen, schneller gehen. Möglicherweise. Aber schnell ist ja... Schnell kann ja jeder. Schnellschüsse, da bin ich kein Freund für. Äh, okay. Baumstamm 1 und Baumstamm 2. Wenn ich den jetzt hier hinsetze... Da krieg ich den hier natürlich nicht... Ich krieg den hier nicht diagonal nach unten, ne? Ne. Ich krieg den hier nicht diagonal nach unten. Hm. Ne, ist schön. Ich wollte es doch gar nicht so groß machen. Ha. Hilft mir... Null. Weil ich hier nicht... Toll. Aber das geht ja auch nicht. Ich glaub, das haben wir auch schon probiert, ne? Hier jetzt, äh... Hier zumachen geht ja auch nicht. Ist ja auch schon wieder Quatsch. Ach ja, ich werd wohl nicht drum rum kommen. Ich werd nicht drum rum kommen, ähm... Das hier... Aber ich krieg's nicht... Ich krieg das nicht mal eben schnell angepasst. Das bekomme ich nicht hin. Das Einzige, was ich machen könnte, ist in die Richtung verlängern. Das ist ja auch nicht so großartig. Hm. Hm. Ja, geil ist halt nicht, ne? Was macht man jetzt mit dem ganzen Chaos hier? Geil ist es halt überhaupt nicht. Wenn ich das hier hin baue, weil hier würde es ja funktionieren, aber da bringt mir halt ein Turm nichts. Da ist ja nichts. Da greift ja auch keiner an. Die kommen ja von hier. Prinzipiell wollte ich diesen Turm ja auch nur machen, um von einer Seite irgendwie dann hier hochzukommen. Das war ja der eigentliche Plan gewesen. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, könnte man sagen. Aber ich wollte es ja mal ausprobieren. Jetzt habt ihr natürlich gesagt, ich könnte hier auch hochbauen. Würde ja auch gehen. Um dann von hier aus nach oben zu kommen. Aber finde ich das geil? Wenn wir hier die Treppe haben und dann hier so nach oben gehen, ist das geil? Ist das besser? Dann muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Ich speichere mal eben zwischendurch. Hier, da hin. Boah. War noch Tage fast. Krass. Ich könnte natürlich hier auch eine Hängebrücke dann hinmachen. Ich könnte so vieles tun. Wie gesagt, das Bauprojekt ist hier gerade abgestorben. Es funktioniert so nicht, ohne dass ich die Mauer umbaue. Und die will ich nicht umbauen. Es könnte jetzt hier noch ein in die Richtung gehen. Dann würde es auch funktionieren. Klar. Ich habe aber das Gefühl, ich glaube, ich kam hier auch nicht weiter mit Stein und Co. Dann ist die Tür verdeckt. Auch die könnte ich versetzen. Aber das wird ja riesengroß hier. Dann wird ja dieser Turm so riesig. Der ist ja dann dreimal drei. Was soll das? Ich kann ja drin wohnen. Nee. Wir machen das so, wie ihr das geschrieben habt. Pass auf. Wir machen das so. Ich nehme das Material hier logischerweise. Und dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt einfach. Ich würde den Aufgang dann... Ich bin hier oder ich bin hier. Das ist alles nicht symmetrisch. Aufgang links oder Aufgang rechts? Aber in der Mitte ist blöd, oder? Ich kann ja gar keine Mitte machen. Es ist ja eine Viererbreite. Da gibt es keine Mitte. Dann müsste ich das doppelt. Und dann habe ich das Tor verdeckt. Und das ist alles scheiße. Pass auf. Ich mache das hier. Ich mache das hier. So. Dann macht das hier Sinn. Ist das sinnvoll? Ich glaube nicht. Ich brauche einen... Keine Ahnung. Ich mache mal so. Packen wir das ab. Und dann nochmal... Und dann nochmal so. So, 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 so. Genau. Und dann hier... Jetzt ist das Problem natürlich, dass ich hier... das so drunter setzen muss. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass das kacke wird. So, ich mache den Aufgang hier hin. Dann ist das frei. Besser. Oder, Virginia? Was sagst du dazu? Den Aufgang da drüben hin machen? Interessiert sie auch einen Scheiß. Okay. Nee. Nö. Es ist ja... Ist ja kein Problem. Ich meine, jeder kann hier ja... seine Meinung äußern. Habe ich doch überhaupt gar keine Schmerzen mit. Und wenn einer keine Meinung hat, dann... Nö. Ist doch... Ist doch super. Kein Problem. Wir machen das hier hin. Ist das ja auch alles weg, ne? Ach, ja. Nies. Äh... Kein Problem. Das brauchen wir ja gar nicht. Ich brüche es hier noch. Ja, genau so. Gucken wir mal. Den hier hin. Genau. Oh. Die lege ich mir hier schon mal bereit. Den nehm ich mit. Den nehm ich mit. Und... Achso. Ja, komm. Äh... Warte, warte, warte. Kacke ich kurz hier hin. Oblage B. Komme ich hier drüben eigentlich noch hoch? Ne, ne? Doch. Sehr gut. Da kann ich das später nämlich noch zurückbauen. Wichtig. Äh... Kommt dorthin. Kommt dorthin. Na. Und das kommt dorthin. Und... Ja, genau. Den nehm ich mit. Den auch. Und dann kommt der hier einmal hoch. Ja, von mir aus. Warum geht der jetzt nicht ab? Der geht nicht ab, weil... Das ist ein tragender Balken. Machst du nichts? Es ist ein tragender Balken. Der geht nicht ab. Der trägt, äh... Die ganze Last. Ist halt so. Ich hab hier noch einen ganzen Baumstamm. Hier vielleicht. Hier. So. Der guck mal, ist doch ein Traum. Wunderbarst. Ich wollte die Treppe machen, ne? Ne, wenn, dann richtig. Also, wenn richtig scheiße, dann halt richtig scheiße. Ne? Ne? So. Die Treppe wird auch nicht gerade. Die wird so aussehen wie... Wie da drüben, das Krüppelding. Ist mir aber auch... Ist mir aber auch... Ehrlich... Und das bräuchte ich nicht. Boah, ich wollte... Das hat gerade rot angezeigt, ne? Ich war gerade schon wieder im Flugmodus drin. Ich hätte gerade schon wieder alles weggehauen hier. So, wunderbar. Hier. Das kommt noch. Das sieht ja schön aus. Brauchen wir nicht. So. Und dann würde ich nämlich sagen, wir gehen hier nach oben. Pam, 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 pam. Hier drauf. Und dann geht's hier noch nicht... Dann geht's hier noch nicht nach oben. Warte mal. Ich mach mir da noch mal kurz Gedanken drum. Wenn's euch gefällt, was ich hier tue, dann lasst gerne mal ein Like da. Über die Hälfte des Kanals. Übrigens haben wir immer noch nicht abonniert. Ich verstehe es einfach nicht. Würde mich freuen, wenn. Alles kann, nichts muss. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao.